Photovoltaik boomt, denn die Anschaffung wird immer billiger. Seit Anfang des Jahres ist beim Kauf von Photovoltaikanlagen keine Umsatzsteuer mehr fällig. Gleichzeitig werden PV-Paneele und andere wichtige Bauteile immer günstiger. Verlockend also, eine eigene PV-Anlage so groß wie möglich zu bauen und den überschüssigen Strom zu verkaufen. Aber sinnvoll ist das nicht, sagt Hermann Griesner von der Energieberatung. Also wenn man jetzt die Anlage bewusst maximal groß macht, ich nütze die Fläche, die ich habe, ich mache sie weit größer, als mein Strombedarf im Haus ist, dann geht zwingend ein großer Teil des Stroms ins Stromnetz. Und der wird mir zwar vergütet, aber diese Vergütung ist stark schwankend in ihrer Höhe. Also die ist in den letzten zwei, drei Jahren im Faktor zehn geschwankt. Und wenn ich dann meine Anlage errichte und eine gewisse Wirtschaftlichkeit damit im Auge habe, dann kann ich die nie berechnen, weil ich nicht weiß, was ich im nächsten Monat, im nächsten Jahr für diesen Überschuss, der sehr groß ist, bezahlt bekomme. Reich wird man mit PV-Strom als privater Stromerzeuger nicht. Die niedrigen Preise sind ein Resultat aus Angebot und Nachfrage. An einem sonnigen Sommertag wird viel Strom produziert, aber kaum verbraucht. Die Überproduktion ist auch eine Herausforderung für das Stromnetz. Weil das dann mit hohen Leistungsspitzen erfolgt, in Zeiten, wo sehr viel Sonnenschein ist. Und damit das Netz diese hohen Leistungsspitzen verarbeiten kann, muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen, das Netz verstärken. Diese Kosten, die dadurch entstehen, treffen uns ja dann wieder alle, im Zuge, dass wir ein Strom aus einem Stromnetz auch benötigen. Also man tut sich selbst was Gutes in der Gemeinschaft, wenn man dafür sorgt, dass die Stromkosten, die Stromnetzkosten nicht unnötig hoch sind. Und außerdem versperre ich mit so einer sehr, sehr großen Anlage anderen Interessierten die Möglichkeit, überhaupt eine Anlage zu errichten und ins Stromnetz einzuspeisen. Wenn eine Photovoltaikanlage also möglichst wirtschaftlich sein soll, sollte die an den eigenen Stromverbrauch angepasst sein. Zum Beispiel 3000 Kilowattstunden. Und dann, wenn man eine Anlage errichtet, die 3000 Kilowattstunden erzeugt, das sind 3 Kilowatt Peak. Das ist ein gutes Verhältnis. Allerdings heißt das nicht, dass man keinen Strom mehr vom Netz braucht, weil der Strom, der am Dach zum Beispiel erzeugt wird, nicht immer dann erzeugt wird, wo ich meine 3000 Kilowattstunden im Haus brauche, sondern da gibt es eine Zeitversetzung. Im Sommer haben wir Überangeboten, im Winter haben wir zu wenig. Und auf das muss man Rücksicht nehmen. Da darf man sich nicht irren, dass auch wenn das oben 3000 entsteht und unten 3000 verbracht wird, es kein Nullsummenspiel ist, sondern maximal 50 Prozent, wenn man das direkt nutzen kann. Die Technik hilft dabei, mehr aus dem eigenen Sonnenstrom herauszuholen, sagt Photovoltaikexperte Norbert Seigmann. Da greift das intelligente Energiemanagementsystem. Das heißt, man kann gezielt die Energie dort eben hinsteuern. Das kann jetzt entweder ein physischer Speicher sein, das kann eine Warmwasserbereitung sein, zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Wärmepumpe oder auch die Elektromobilität, das Elektroauto, dass man dann gezielt das Elektroauto mit der Überschussenergie ladet. Ein Speicher hilft, die Sonnenenergie besser zu nutzen, etwa am Abend und in der Nacht. Die Anschaffung sollte aber unbedingt auf die gesamte Anlage und das Verbrauchsverhalten abgestimmt sein. Auf jeden Fall rechnet sich eine perfekte Ausrichtung der Anlage. Bei der Planung helfen die Experten der Salzburger G. Der Kunde kann sich über die Homepage der Salzburger G über ein Online-Formular anmelden. Das heißt, dort wird unsererseits im Prinzip ein Lead generiert. Wir machen dann eine Lead-Qualifizierung, wenn der Kunde uns die ganzen Daten geliefert hat. Das sind wichtig für uns auch Fotos vom Gebäude, vom Zählerverteiler, von den Tochaufbauten zum Beispiel und so weiter, dass man das Ganze nachher bei der Planung berücksichtigen kann. Und dementsprechend machen wir dann ein maßgeschneidertes Angebot aufgrund der Daten, was uns der Kunde angegeben hat. Die PV-Experten stehen den Kunden bis zur Inbetriebnahme zur Seite. Errichtungspartner im ganzen Bundesland kümmern sich um eine Machbarkeitsprüfung, eventuelle Anpassungen und den Bau. Alle Infos zum eigenen Sonnenkraftwerk finden Sie auf salzburg-ag.at slash fotovoltaik. Und auch die Energieberatung steht mit Rat zur Seite.